Yo Leute, zurück mit einem neuen Video. Das sind mal die Stream Highlights 2, nachdem gestern ein richtig cooler 2,5 Stunden Stream war mit richtig viel coolen Zuschauern, die alle aktiv im Chat waren, hat mir richtig Spaß gemacht und war richtig cool. Ich hoffe, allen hat es auch gefallen, die zugeschaut haben. Entschuldigt die Qualität von den nachfolgenden Clips, die sind alle aus dem Stream rausgeschnitten. Die nächsten Streams werde ich dann aufnehmen und dann wird bei den Highlights dann auch eine bessere Qualität sein. Viel Spaß mit dem Video, lasst den Mainstream Bullshit da, also Like und Subscribe. Danke, viel Spaß mit dem Video. Ciao Leute, bleibt geil. Ey Junge, konzentrier dich mal! Hört schon 3 Kills, was hast du gemacht? Hast du überhaupt schon gehofft? Ja, im Crossbow. Ach, verdammt! Wo ist der, wo ist der? Unten im Haus, ganz 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 low. Er hat schon 3 Shotgun hits, äh er hits. Oh mein Gott du, ich hab mir schon gedacht in der Falle, weil er so komisch auf dem Zoom auch zu erzählen. Ja, lass reinkommen, lass reinkommen, lass reinkommen. Sehr gut, komm zurück, komm zurück, da ist noch ein zweiter, da ist noch ein zweiter, geh weg. Kein Munition mehr. Das ist ein Nutsch war. Was ist das für ein Anfang gerade? Ich blick mich am Arsch. Alter, da waren jetzt, ich hab schon 6 Kills, was ist das? Solti, Springs is alive, boys. Fuck, kill the towers. Da kommen noch welche! Ey, ich hab jetzt keinen Bock mehr, meine. Nein, nein, bleib doch auch hier unten auf die. Na. Na. Pass auf, pass auf. Fuck, er hat die Clown. Shit. Bis dann. Scheiße, aber den Phoenix. Wir kämpfen unten am Ziegelhaus. Oh, da ist ein Büsche. Ein Ogg. Bussi. Der Anna baut sie rein die ganze Zeit. Okay, nur einer Nock, der letzte ist da drinnen. Da war der Tür. Okay. Er nadelt sich selbst, er bringt sie um. Okay, ist down. Pass auf die Nades auf. Oh. Gott. Wir haben genug. Wir haben genug. Wir haben genug. Und den letzten gehatschottet. Tschüss. Da ist noch einer. Hinter uns sind glaube ich Leute, oder? Ja, hinter uns. Wie viel? Er hat es gedauert Ich hab ihn genockt Ja ja, das habe ich gesehen Okay, war ihn genockt Fuck, boys Let's go, boys Die haben sich dort eingesperrt da drin Die haben sich dort eingesperrt da drin Halt ab! Warum hielt da kein einziger Schuss? Okay, wieder einer genockt Schaut sie mal die Schüsse an, die gehen alle Links und rechts, was ist da los? Game! Aber das ist irgendwie mit dem Enkotieren halt Oh, das sind Leute Ich hab keine fucking... Ich hab keine fucking Shotgun Oh fuck me, boy Von hinten! Da sind so viele Leute Oh fuck Da hat er Shotgun Wo ist der Shotgun? Wo ist er? Da, bei mir drin Da sind noch mehr Leute Da kommen noch mehr Leute Was auf! Was auf, Nate! Oh mein Gott, wie viel Team Sander! Ähm, ich war guter ZDF Ah, bei mir, ich bin bei uns Bei mir, bei mir ist er, äh, drauf Ich grad, er drauf Wir waren Ist der? Oh fuck, ich hab 11, 7 9 Wie? Ah Oh mein Gott Das hat mal gerade doch... Wie hat mal gewonnen jetzt? Ja, es ist 1-2-3 Und das ist nur einer Ja, ich hör's Ah, er hat Eiscafé Ich war schon Scheiße, ich bin so dumm In dem Haus mit dem einen Kürbis oben ist er drin Das ist ein Kürbis? Ist der Ernst? Ich hab keine Ahnung... Der fucking Ernst? Keiner Kürbis! Ein 3-jähriges Kind würde erkennen, dass das... Ich hab einen zwei Mal mit Diegel getroffen und er ist noch immer nicht da Ich hab einen getroffen Ich hab einen genockt, lol Ich hab nur einen getroffen Das war nicht diegel so genau Ich hab einen getroffen